hallo liebe freunde des gepflegten alien spiel spaßes und willkommen zurück zu destroy all humans wir sind immer noch im live stream beim letzten mal gab es explodierende köpfe so und jetzt würde ich gerne mal gucken ob wir genau hier amageddon und rennen ist noch nicht freigeschaltet ich meine randale könnten wir jetzt in rockwell noch mal machen wir könnten das mit der entführung ach hier ist jetzt rennen ach guck mal dann gehen wir noch mal nach turnipsit farm und machen mal das rennen mal gucken was wir da machen müssen vielleicht finden wir auch noch ein paar von den drohnen einfach um so ein bisschen dns zu holen mit unserem elbis gut erst mal jemanden den wir jetzt kennen können um uns zu verwandeln und ich glaube ich habe wenn man im raumschiff rumfliegen sehen die uns oder das ist glaube ich keine gute idee das rennen ist eh da drüben und ich glaube an dem an in dem ursprünglichen startlevel was er da drüben war waren auch glaube ich ein paar drohen zu sehen der tipp unten war krass um schneller an dns zu kommen gleichzeitig hintereinander exaktor und anal sonde ich will die anal sonde so hier waren ja da an der in dem wasser ich habe es wieder alles aufgebaut ja warum hat billy ray nur augen für joe und interessiert sich nicht für mich wirklich seltsam da ist ein raumschiff lande platz das rennen ist irgendwo da oben glaube ich so wie es aussieht aber ich dachte dass hier noch drohnen wären wo ist irgendjemanden dem was kennen können da drüben aber wir waren ja jetzt glaube ich schon gut da gehen wir mal hoch zum rennen und gucken uns das mal an hallo hohen oder komme ich nicht damit nein ok müssen talern gehen so ein mist wir können nicht das wasser wasser aus scheiße für uns für die stadt sehe ich lieber meine guten sachen an doppelt doppelt penetration beim rennen versage ich bestimmt so autorennen ist überhaupt nicht meins würde ich gerne gut können autorennen aber ich bin autorennen echt eine lusche ich hatte einen kumpel gehabt mit dem habe ich früher mal gerne trackmania gespielt also wirklich sehr viele teile also alle möglichen die es da gab und er war immer fünf milliarden mal besser als männer und kühe noch willig sind aber gut gucken wir mal nach was wir hier machen müssen beim rennen meine drohnen da ist etwas furchtbar schief gelaufen sie folgen dem protokoll ihre dns behälter vor der selbstzerstörung zu entleeren beim frontallappen sammle sie ein bevor der countdown zur selbstzerstörung abläuft ok fange die abdründige drohne ein die durch die nahe felder zieht lasse sie nicht entkommen fang die drohne zeit limit zwei minuten lasse die dns nicht entkommen personen ok 3.000 4.000 5.000 wenn da fangen wir mal an sammle die abdründige drohne und die dns die sie ab wirft je länger die dns um desto weniger wird scheiße ist ein mutanten schwein oh martianer extraterrestrische hervorragend die Der Frager, hol mir die Schrotzende. Den Schädling schnapp ich dir. Weh drauf, Baby! Kommunist! Nur noch eine Minute übrig. Halt dich ran! Du willst dich mit mir anlegen? Kleine grüne Mensch auf halbem Weg zur Verlichtung. Hervorragende Arbeit, Krypto. Irgendwie, muss ich die jetzt abschießen? Oh komm, wir müssen... Oh oh. Nein, ich weiß nicht. Schudi, hau rein, gute Nacht. Wir haben... Ah, wir haben die zweite Stufe nicht geschafft, das war ganz knapp. Mist. Ach, okay. Ich glaube, ich habe am Anfang nicht genug für den Sachen eingesammelt. So, gut, okay. Wir gehen mal zurück zum Mutterschiff. Wir haben ein bisschen DNS gesammelt. Ich will wirklich das Spiel verlassen, ja. Und jetzt gucken wir mal in die nächste Mission. Also, was willst du gerne verbessern? Ja, gar nichts. Ich würde jetzt gerne in die nächste Mission gucken. Aliens stole my brain. Stem. Okay. Das ist in der gleichen... In dem gleichen Level. Dann, äh, Mission starten. Okay. Ich möchte, dass du alle Hirnstämme einsammelst, die die Signalübertragung unversichtlich verstanden haben. Oh, und würdest du dir beim Einsammeln der überladenen Hirnstämme bitte die Zeit nehmen und ein paar frische von lebenden Menschen extrahieren? Ja? Krypto, ich schalte dir die Lizenz für eine neue Waffe frei. Die Analsonde. Ja! Jetzt auch intragbar für die effizientere Sammlung von Hirnstämmen. Ja! Oh! Wo sind meine Handschuhe? So, die... Sammle mit der multifunktionalen Analsonde frisch extrahierte und freischwerte. Ah, schön. Sicherer menschliche DNS, ähm, sammle frische DNS, sammle überladene Hirnstämme und optional wende die Analsonde bei Menschen an. Jawoll! Gute Arbeit, Krypto! Du hast einen überladenen Hirnstamm eingesammelt. Jetzt fehlen nur noch elf. Das klingt im ersten Moment nicht nach viel, aber ich denke, es ist machbar. Wir wurden ja schon gesehen. Was für eine Scheiße. Wieso geht denn die Analsonde nicht mehr? Ja. Ah! Bleib sofort still! Das wären dann erstmal alle frischen Hirnstämme, die ich brauche. Gute Ausbeute! Wir können aber auch mit dem, wir können auch mit dem Raumschiff rumfliegen, oder? Unzugängig, nein, kann ich nicht. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier wieder irgendwie wegkommen. Jetzt haben wir schon wieder die Polizei hier auf unserer... Wir müssen die anderen Hirnstämme noch einsammeln. Kommunisten! Wir werden angegriffen! Das darfst du nicht die Fallen lassen! Meide die ihren Plast! Die feuern einen elektromagnetischen Puls, ab der deine Waffen lahmlegt! Oh! Jetzt geht es! Oh, jetzt bist du dran! So, wo waren denn jetzt die Hirnstämme, die Lenk... Ach, die sind in diesen Dingern drin, wie komme ich da rein? Nichts! Äh... Hilfe! Grundgültiger! Es ist ein Außerirdischer! Entschuldige mal, du! Ich will dir ja sagen... Kannst du dich mal umdrehen? Okay, noch einmal die Analsonde... Und dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir in diese Behälter da reinkommen. Analsonde vor dem Ding, ja, genau. Komm, ich werde nicht... Ach, guck mal, da ist ja so ein Hirn. So, Analsonde haben wir auch. Alle Bonusziele. Jetzt müssen wir noch die Gehirne hier einsammeln. Oh, scheiße. Ah, man muss einfach draufschießen, oder was? Okay, wo sind denn die Reste? Da drüben ist noch ein Container, oder was? Ach, guck mal, da ist sogar noch schon in den Hirn. Das hat vorhin besser funktioniert. Okay, da hinten sind die... Oh, nicht in den Poolfallen. Okay. Ah, da ist noch ein Hirn. Sie mutiert, ey. Ah, du hast eine Kugel mit deinem Arten. Klopp. Ja, Mist. Oh, hier ist noch ein Hirn. Grundgültiger. Es ist ein Außerirdischer. So, dann haben wir die Sonde noch eingesammelt. Jetzt haben wir aber mittlerweile schon ein bisschen Militär auf unserer Seite. Wir müssen das Gehirn da noch einsammeln. Das ist die Scheiße. Komm mal her. Komm her. Komm her. Okay, das... Scheiße. Ach, Scheiße. So. Das Gehirn eingesammelt. Das Ding weg. Das Gehirn eingesammelt. Da haben wir noch ein Gehirn fehlt noch. Ach, wo ist denn das? Ach, da drüben. Wie die rumrennen? Ich glaube, so langsam wird es mal Zeit, dass wir uns hier irgendwie um die Hauptziele kümmern, weil wir haben echt schon... So, sammeln wir das Gehirn ein. Oh, Scheiße. Das ist schon ein Panzer. Uh, 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 uh. Das war knapp. Also, wenn die Panzer kommen, wird es kritisch. 100 Prozent. Nice. 1.500 Pünktchen. Kleinwüchsiger Schütze schlägt wieder zu. 16 Tote bei erneutem Angriff des verwachsenen... Verwachsene Mörders auf Clancy Street Wohnanlage. Okay. Oh, Mann, ey. Die Analsonde ist geil. Die gefällt mir. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? So, Analsonde. Wir können... Spürsensor... Ha? Die Spürsensoren. Erhöht das Zeitfenster für erfolgreichen Sondeneinsatz? Ah, so, äh. Äh, wir machen das natürlich. Und was können wir hier noch machen? Erhöht den Schaden, den von erfolgreich eingesetzten... Ja, 2000 Punkte. Boah, das ist ganz schön viel. Aber egal. Wir wollen die Analsonde. So. Äh, Missionsauswahl. Die Frage ist... Wir gehen mal nach Rockwell und machen dort mal die Randale-Mission. Weil die hat tatsächlich vorhin beim ersten Mal... Also, was heißt vorhin? Für euch jetzt in der Aufnahme vor fünf oder sechs Tagen. Aber vorne im Stream halt ganz gut funktioniert. Und auch einiges an DNS gebracht. Das Spiel ist so ultra lustig. Äh. Aber vielleicht ist auch die Randale jedes Mal ein bisschen anders. Das werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall waren wir in Rockwell noch nicht in der freien Mission. Äh, vielleicht irgendwo spawnen, wo wir... Scheiße. Das ist mein Zuhause. Und du bist nicht willkommen. Ich schätze mal, es ist nichts verwerfliches dran, wenn sich Tiere friedlich zusammentun. Immerhin ist das hier eine Farm der Tiere. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich kann die Angst... Der alte Jet ist angeblich auf Öl gestoßen. Ja, schwarzes Gold. Alarm im Darm. Ach, hier ist ja schon Randale. So. Röste die Kühe. Das ist das gleiche, oder was? Es ist eine Zeit für ein schönes Wiederkäuer-BBQ. Dieses ahnungslosen Eutertiere reihen sich auf wie auf einem Förderband. Grill sie. Ähm. Röste die Kühe. Röste die Kühe mit dem Feuer, um mehr DNS zu erhalten. Röste die Kühe mit Explosionen, um mehr DNS zu erhalten. Röste die Kühe mit Elektrizität, um mehr DNS zu erhalten. Egal, Mann. Äh, okay. Die zwei sexiesten Worte der Welt. Aktien und Anleihen. Äh, nee, hier. Hallo. So. Also diesmal doch ein bisschen anders. Ooh, Produktinformationen in diesem Fernsehen haben meine Geschmacksrezeptoren angeregt. Und es war nichts mit Angst. Mach ihnen Feuer unter den Hintermitteln. Tja! Feuer! Und Elektrizität wegen mir auch eine Entschlussung, die ja einso lange ist, sei schön ansenkt. Wo sind die Güter? Ah, da können wir noch nicht. Nein! 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 Das sind Wetter! Nein! Nein! Du willst nicht mit dir! Gute Arbeit, Krypto! Ich brauche mehr Munizonen hier. Könnte man nicht mit- wie könnte man die Munition auffüllen? Dann die Auge! Wie könnte man die Munition auffüllen? Hallo, Tür? Ich brauche mehr Kühe! Wie soll man denn in die Munition schaffen, wenn keine Kühe kommen? Weißt du, wie sie mich im Krieg genannt haben? Ich zähle mit einer Schrotflinte auf dich! Die sind direkt mal aus dem Boden! Ah! Ah! Kleine grüne Menschen! Äh, habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Du hast nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen! Hier kommt keine Kühe! Der Holocou-Folgen? Wo ist die Holocou? Scheiße, da hinten oder was? Äh... Ach ja, tatsächlich! Du willst dich! Ich hab Angst hier in ihr! Ich hab Angst hier in ihr! Oh Der industriell gezogen ist Ignoriert diese übertragung Quark, hat sie gar nicht essbar Ich muss das Ding... Nochmal Ja, machen wir nochmal Vor allem wenn wir nur die erste Stufe geschafft haben Wie konnte ich die Kanone nochmal aufladen? Ich dachte ich muss an irgendeinen Gegenstand rangehen und auf Erd drücken Das war jetzt gerade echt ein bisschen strange, weil mir war halt irgendwann die Munition ausgegangen für die Grillkanone also für die Feuerkanone Ähm Ähm Äh 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 Hier ist betreten Grundgültiger Es ist ein außerirdischer Hilfe! Gute Arbeit Krypto Martha, hol mir die Schrotflicken Ich dachte man müsste erbschritten aber Witzig mit mir an Äh Lass mich da weiter Stopp Rolle zu Hallen Oh mein Gott, das Co geht am Skalzen Wo ist die Tränke? Kommunisten! Wir werden angegriffen Kleine Grüne Männchen Perfekt! Martha! Gut geschossen Krypto Wir haben ein riesiger Hand und wir haben sauer gerübt Das mal E-Spam E-Spam Sie wollen unsere Lebensart vernichten! Extraterrestrische! Er eingeht Faul Feiert Ment Ei Ei Das war's für heute. Komm schon, wir schaffen das? Jawoll! Ist das dumm! Diese Fleischscheiben, die Soßen, die einheitlich großen Käsequadrate, der industriell gezogene Salat. Dieses Fast-Futiste. Krypto? Ignoriert diese Übertragung. Es ist widerlich, das wollte ich sagen. Qua-kassi gar nicht erstmal. Ich muss das Ding hier irgendwie ausmachen. In dem Schuss fällt, aus dem Weg! Was für'n... was für'n... was für'n... Okay, was haben wir denn hier noch? Wir haben das... Wir haben noch die Kühe einsammeln. Warte mal, wir gehen mal ins Raumschiff. Wir fliegen mal zu den anderen Missionen. Warte mal, hier war irgendwo ein Landeplatz. Hier war der Landeplatz. So, da ist das Trennen. Oh. Na? Sie wollen unsere Lebensabbernation! Ähm... Oh. Masiana! So, das Rennen. Fang die Drohne. Zeitlimit. Okay, das ist das gleiche, was wir in einem anderen Level auch schon gemacht haben. Aber wir gucken uns ins... Fang die Drohne, die bei der Statue des Wiederkäuerherrschers schwebt. Schnell, bevor sie diesen Hinterwäldlern in die Hände fällt. Respektiert mich! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Wir tun aus dem Wälder! Lass mich in Ruhe! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Du bist totklar! Du bist totklar! Aus dem Weg! Du bist totklar! Du bist totklar! Du bist totklar! Halt dich ran! Ja, 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 ja. Ich muss, glaube ich, alles einsammeln. Ich habe auch nicht schon... Okay, Stufe 2 haben wir schon mal. Ah, wir haben ein paar ausgelassen, aber wir haben diesmal auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Hallo Mr. Sprotte! Nein, ich will die Drohne noch haben! Tausend, okay. Also immerhin. Immerhin! Ach, er startet aber wieder hier. Hätte ich einen Drohne noch einsammeln können. Ähm... Na gut! Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zum Motorschiff. Und gucken mal, was wir mit den gesammelten DNS-Sachen machen können. Okay... Wolltest du ein Raumschiff upgrade? Oder etwas ein wenig persönliches... Das Raumschiff haben wir bisher noch nicht so gebraucht. Deswegen würde ich erstmal in den... Dingsbums hier... Hier Protonenladung. Mach mal das. Die anderen... Also, das ist okay. So, Schilder haben wir schon. Schub. Sprinten erzeugt eine kleine Schockwelle. Die Feinde zu Boden und Geschosse zurück wirft. Das können wir... Ah, ne. Für beides haben wir nicht genug. Ähm... Dann machen wir erstmal... Das hier. Ja. Jetzt haben wir noch tausend. Psychokinese... Haben wir auch noch. Dann sind wir glaube ich ganz gut ausgestattet. Und... Das werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Beziehungsweise ins erste angepinnte Kommentar. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Parsifal, Kullekötö, Eirendal, Xynam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.